Ich spüre meine Arme nicht mehr. Heiß dich zusammen, wir werden da schon durchstehen. Wir haben immer noch 20 Dollar. In dieser Stadt mit unserer Intelligenz machen wir das in Nullkomman nicht zu Millionen. Ich hätte gern die neueste Ausgabe von Cherry und behalten Sie den Rest junger Mann. Roger! Das ist eine Spezialausgabe für Fans von breiten Erschen. Sie wird eines Tages ein Vermögen wert sein. Und jetzt spielen wir erstmal in aller Ruhe das Wartespiel. Und jetzt spielen wir erstmal in aller Ruhe das Wartespiel.